ja freunde da bin ich wieder ja das muss einfach ab und zu mal sein so ein kleiner break hier und das ruckelt das ist nicht so toll was ist das so ruckelt hallo hey was soll ich doch es hier kommt ich gehe es hierhin das dauert mir zu lange erst hier inzwischen ja ich dachte das wäre meine panzer weil so blöd sind die manchmal ja dann geht man erstmal hierhin sammelt euch mal da ja kommt so jetzt kommt dann so dann machen wir den ganzen scheiß da im arsch weg damit ok also schwede ja die belagerungssachen wieder die nehmen sich gerne mal ein bisschen zeit aber ja freunde wie gesagt das spiel macht mir so viel spaß wird kann ich nur jedem empfehlen jetzt kommt der andere mit seinen panzer ok ich würde gerade ein bisschen smalltalk machen aber schon kommt der andere ich kann ja auch mal den hier machen bewachen und dann machen die alles platt hier in der nähe das finde ich ziemlich cool muss ich sagen da kann ich auch noch mal die funktion zeigen aber die türme machen sie nicht platt alles klar dann dann geht man hier rein weiter hier weiter rein so kommt schon der willschirm der vibriert immer ein bisschen so dann hier drauf und hier hier oben könnte man hier auf bitte weg damit im moment das sind noch orders nee das sind seltener gebäude das sind keine orders gebäude so weg damit sehr schön wir marschieren hier rein und holen uns jetzt alles hier mensch dann noch mal nein bei denen sind es radar das sind keine schweiz das sind radar bei den orders es ist im prinzip genau das gleiche nur dass es ein bisschen schneller ist und deswegen heißen die radar gut so weg mit den manniken die nerven weg mit den kack manniken kommt schon sehr gut dann alle macht er erstmal kaputt da so und zack weg damit brauche er nicht mehr und das auch nicht so sehr schön und diese ganzen scheiß türme hier die machen mir alles im arsch hier dann noch mal so wo kriegt er die ganzen einheiten her verdammt man hat jetzt aber wirklich nichts mehr so sehr schön raumhafen weg damit man zack weg damit so trümmerteile aufpassen ja bei den trümmerteilen muss man ein bisschen aufpassen so freunde weg damit weg mit der letzte gegenwehr hier meine fresse so haben wir es geschafft fast geschafft ja der hat hier noch ein bisschen was manniken diese manniken hier so auf den piss warum kann ich den nicht anvisieren toll so die schmuggler wurden ausgelöscht sehr schön also hat er wirklich zwei schmuggler kameraden hier gehabt das ist doch schon mal krass ja zeigt so ein bisschen auch die wahre das wahre gesicht der orders die sich nur auf schmuggler verlassen und nichts selber hinkriegen er macht noch den scheiß turm hier weg so schneller macht die scheiß turm platt so so dann weg damit brauche er nicht zwei stück auch noch nö brauche aber nicht zwei stück so weg damit oi ich fahr die scheiß manniken platt so du fährst die manniken weg platt so steck da mit ich brauche noch mehr ah verdammt gut dann komm der hat noch einen turm aufgebaut verdammt nochmal ah der baut doch immer die richtigen konter nö alter ja alter so mach das mal weg da alles klar ja natürlich alles klar nur noch die Reste hier jetzt nur noch die verblödeten Reste alles klar so Freunde da brauchen wir nicht mehr so viel für verdammt nicht geschafft aber ja aber es ist schon leerer geworden doch definitiv wo ah hier unten alles klar sehr gut das finde ich gut dass man den Wurm so auf der Karte sieht weil da kann man keine negativen Überraschungen erleben so machen die Spielgeschwindigkeit wieder hoch jetzt so weiter Einheiten einfach einfach Einheiten bäschen so bringt das überhaupt was mit den zwei Waffenfabriken? ich glaube ja eher nicht so Raumhafen ja no toll ist das super für ein Quad naja gut ach nicht ein Quad ein Raketenpanzer wird gebaut wird gebaut noch vier Minuten für den Herzog so dann machen wir weiter hier ein paar Quats noch drei Minuten so der Rot ist weg wie wir eben schon gesehen haben und Belagerungswaffe noch so bestätigten Ende noch eine Minute alles klar Freunde das geht auch schon mal besser so alles klar fährst du mal hoch da ist der Raketenpanzer sehr schön Kampfpanzer so Kampfpanzer ja ich kann gar nichts das ist okay ist egal so wir brauchen auch noch mehr Kampfpanzer Einheit bereit wird gebaut ja so ich glaube dann reicht es aber auch langsam Einheit bereit für den Herzog so einen noch und dann gehe ich wieder runter der hat jetzt wirklich ja ich frage mich wo der die ganze Panzer herkriegt verdammt Einheit bereit wird gebaut wisst ihr was ja nimm die ganzen Männchen mal mit kann ja nicht schaden für den Herzog ja noch ein Kampfpanzer dann passt das so meine Fresse ey wo kriegt er die ganzen Einheiten her so was war es dann alles klar so Team 1 geht mal bitte da haha alles klar Freunde zum Glück kann man das hier schneller stellen auf der Playstation 1 jetzt war das glaube ich so extrem langsam das Spiel ne ah ja komm fahrt doch hier hin was macht ihr denn bestätigt Ende so und der fährt mal wieder irgendwo ganz außen rum ja toll ne auf der PS1 war das Spiel halt extrem langsam so habe ich es zumindest in Erinnerung ja gut dass man das hier schneller stellen kann ja so vor allem dann müssen wir jetzt den letzten Schmuggler noch auslöschen so wenn die Einheiten sich mal bewegen würden dann würde ich auch die abspeichern und die Spielgeschwindigkeit wieder geringer machen so dann fahrt mal hier rein oh geht schon los okay gut dann Spieleinstellung Geschwindigkeit so und speichern so ja sehr schön so ja dann geht mal hier rein bitte ich habe jetzt alles dabei was ich habe mal gucken ob es reicht der Raumhafen der aktualisiert sich so wieder mal so wunderschön schnell Busch weg damit ja gut so dann drauf hier verdammte Scheiße ihr macht das schon ich gucke oh ernsthaft verdammt meine schönen Manniken so das waren auch die von ganz am Anfang die Mannikinge so das muss aber jetzt passen oder ja jetzt reicht das jetzt reicht das Freunde so jetzt reicht das ja so rein hier batz so und jetzt will ich nichts mehr sehen hier dann noch mal so weg damit so Bauhof ne erstmal den oh erstmal den so okay dann den Bauhof weg damit damit er auch nichts mehr nachbaut hier so weg damit das braucht hier so lange so jetzt ist der Bauhof erstmal weg also die Manniken ey so weg damit gut das ist noch einige Belagerungswaffen hier bei ich habe weil schaut mal wie schnell die die Gebäude runterhauen batz ja seht ihr das das ist doch herrlich oder so batz weitere Energie platt machen so noch mehr Energie platt machen und dann sind natürlich genau meine meine Belagerungseinheiten bis hier ey so weg damit damit da keine Scheiße mehr rauskommt so so weg damit ist klar dann schwächt noch ein bisschen den Sammler an so okay batz jo geil geile Sounds ey ich kann mich nur wiederholen die Sounds die sind so episch hier so wir sauben noch die eine Werkstatt da und dann haben wir es endlich verdammt nochmal ja batz so putz alles klar gut ja dann zack direkt drauf da direkt auf den Sammler ja war die Mission doch einigermaßen gerockt würde ich mal sagen 12.000 Credits dann wird das nochmal gespeichert und dann haben wir es Freunde sehr schön dann haben wir auch schon die sechste Mission fertig von den Orders ach Orders Atreides cool zwei Drittel von den Atreides schon durch aber nur ein Neuntel vom ganzen Spiel oder warte mal ne ein Viertel ne ein Fünftel glaube ich oder so ne ja weil es gibt insgesamt irgendwie glaube ich neun Missionen auf jeder Fraktion und es gibt drei 27 Missionen ja was sammelst du da denn jetzt noch sie brauchen Silos ja das ist mir jetzt relativ egal dass wir Silos brauchen ich will jetzt nur noch diesen letzten Sammler da haben wund mal die Raketenpanzer können das doch machen oder von hier aus na klar enttäuscht mich jetzt nicht ja sehr schön okay weil bevor der den irgendwo hin transportiert wieder ey das ist ja wohl wirklich jetzt mal ne Unverschämtheit mit dem Sammler hier dann schießt die Mauer halt auf mein Gott gut so gut weg damit braucht ihr nicht so lange so weit außen rum fahren so der letzte Sammler ja wir haben es geschafft geil schöne große Basis hier gehabt sehr schön das gefällt mir sowas bevor ihr da rein fahrt ja oder so wollte ich sagen schieß mal drauf ja mhm okay gut dann auf den letzten Sammler so so das war's mit dir nochmal speichern so gut Freunde meine Damen haben wir somit die Orders aus diesem Bereich hier vernichtet yes sehr schön geil alles klar Freunde hahaha ja wunderbar die haben wir ziemlich platt gemacht würde ich mal sagen oh die Gewürzpunkte waren sogar ausgeglichen oh Geschwaderführer sind wir jetzt geil ja cool die Orders wurden fast ausgerottet oh ja das sehen wir äh die haben nur noch drei Bereiche und jetzt geht es am Ende wirklich fast nur noch äh gegen die Harkonnen ja hm die haben noch sieben Bereiche krass puh ja dann sind wir ja quasi schon fast der ganze Planet blau krass ja Freunde aber wie wir das nächste Mal gegen die Harkonnen kämpfen würde ich sagen sehen wir erstmal das nächste Mal äh ja es freut mich wie immer dass ihr dabei geblieben seid bei June 2000 und wenn euch gefällt was ihr gesehen habt dann lasst doch ein Like oder Abo da und ja dann würde ich sagen schneide ich das jetzt zusammen und wünsche euch auch noch einen schönen Abend oder schönen Tag ne tschö tschö dann